so herzlich willkommen zurück zu einer erneuten folge von gtr 5 und wir müssen jetzt hier schwimmen und das habe ich natürlich herausgefunden wir müssen einfach nur dass es nach hinten drücken und schon kann der michael schwimmen ja das habe ich leider in der letzten folge nicht herausgefunden aber jetzt sind wir ja auf dem weg jetzt zu dem schiff um tracy da zu retten wir schwimmen jetzt einfach mal ganz ganz schnell hier rüber kann natürlich ein bisschen dauern ist halt eine ganz andere steuerung wie bei fortnite weil in fortnite haben wir ja im moment auch wasser und da kann man halt mit leertaste ein bisschen schneller schwimmen und die ausdauer bei uns die geht auch schon langsam dem ende hier entgegen also so viel ausdauer hat der michael jetzt auch nicht ob der ist ja auch schon weil sie nicht vor knapp an die 50 glaube ich oder so lassen wir immer ein bisschen zeit hier so was ich auf jeden fall überlegt habe die ganzen fahrten zu diesen punkten hin was jetzt mit ihm ohnmächtig das wollte ich aber nicht die ganzen fahrten zu den punkten hin denke ich mal dass ich das einfach überspringen werde oder ich mache eine komplette zeit raffa da rein so dass es alles ein bisschen schneller geht ihr könnt mir auch gerne mal in die kommentare schreiben was man dafür programm nehmen kann weil ich habe ja selbst schneidprogramm das heißt glaube shot cut aber mit der mit dem programm wird das wir irgendwie mega unscharf also schreibt mir gerne mal in die kommentare ein was für ein schneidprogramm ich dann nehmen kann ich bin ich bin ein dancer ja hey man james whoa 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 dad Kostra, ich werde mich raus. Vater, du mich verraschst. Es sind meine Freunde. Ja, du verraschst du dich, Mann. Sie schreien Porno hier. Sie schreien Porno überall in der Stadt. Mom schreien unsere Haus zu ihnen letzte Sommer. Was? Ja! Man, du hast eine Killer Padme. Ist das toll? Los geht's! Das ist doch alles. Du denkst, ich mache es? Nein! Hey, hey! Hey, hey! Was machst du? Hey! Ich mag das! Was ist der Problem? Du bist so ein Verrück. Komm schon! Dad, du dumme Scheiße! Diese Leute sind ernsthaft! Ja, aber so bin ich! Ich habe das Gefühl, dass ihr in meinem fucking Boot gesehen habt! Oh, Motherfucker! Geh auf! Jetzt! Ich bin über zu bleiben! Gott sei Dank! Geh! Das ist eines das Richtige, was er gemacht hat. Oha! Die schießen direkt nach uns! Ja, Moin! Okay, ab in den Tunnel hier. Oh! 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 Das wird, glaube ich, nicht gut ausgehen. Ich habe noch mega wenig Leben. Das hast du, um eine scharfe Kurve zu fahren. Alles klar! Unser Leben hat sich wieder ein bisschen aufgefüllt. Ich habe die Webcam jetzt auch mal auf die rechten Seite gepackt, damit man auf der linken Seite die ganzen Einstellungen sehen kann. Oha! Und der Stetski ist wirklich ein bisschen schwer zu fahren. Und wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir nur noch geradeaus? Oder müssen wir die abhängen? Oha! 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 Okay, hier kommen wir, glaube ich, raus. Boah, die sind aber auch krass drauf, die hinter uns. Können die jetzt nochmal abhauen? Oh. Jawoll. Die sind weg. Ein Glück. Wahrscheinlich müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ja, bekipp dich zurück zum Ufer. So, zum Beispiel sowas würde ich dann als Freitreifer reinpacken. Sodass die Folge halt nicht so lange geht. Und dass wir halt ein bisschen mehr Missionen haben. Weil ich will die Folge wirklich nicht so lange halten, bis 30 Minuten oder so. Dann lohnt sich das einfach nicht, sich das anzugucken. Ich glaube so 15, 20 Minuten könnten noch so ausreichen. Und deswegen würde ich das dann so hinterher auch schneiden. Man kann ja trotzdem unten so ein bisschen mitlesen. Man kann ja auch die Zeit so ein bisschen langsamer machen hier auf YouTube. Also von daher würde das schon ganz gut passen. So, wir fahren auf jeden Fall jetzt wieder zurück hier zum Ruder auf dem Pier. Er wartet da schon. Müssen wir wahrscheinlich auch hier durch die Stäbe durch. Perfekt. Oh, da ist er schon. Ähm. Ja, gut. Ich kann nicht lenken. Ich kann absolut nicht lenken. Der Seashark ist auf Rund gelaufen. Perfekt. Ich liebe die Mission. Nicht. Ach, nö. Müssen wir die ganzen Weg jetzt wieder zurück. Ja, ich verstehe manchmal die Steuerung hier nicht. Aber ich glaube, wir werden öfters hier einmal kurz cutten. Und wir sehen uns dann bis gleich. So, wir haben es geschafft. Ich bin der fucking Arsch! Ah! Listen, er ist der fucking Arsch, okay? Er schraubt meine TV und hat mich nach dem Meer. Der Meer, mit meiner Haut. Also was, du hattest ihn raus, um meinen Tag zu spüren? Ich wusste nicht, dass er dich kommen würde. Ich habe ihm nur gesagt, wo du warst. Er hat diesen verrückenden Blick in seinen Augen, wie ich manchmal konnte, und er ging. Ich bekomme eine Kette. Ich komme mit dir. Wie kann ich uns alle fahren? Du hast mein Leben verraten. Bestanden. Pappi ist kleines Mädchen. Äh, ja. Gut, kann ich mit leben. 84% ist ganz gut. Ich lasse mir die Webcam an. Okay. Seine richtige Entscheidung. Einfach Kippe wegschmeißen. Alles klar. Tracy. Ein weiterer Telefonkontakt bei uns. Ich glaube, wir machen jetzt in der Zeit auch das Fragezeichen, wenn kein anderer weiterer Anruf reinkommt. Ich schnappe mir jetzt einfach mal das Fahrrad hier. Und dann werden wir uns auch, glaube ich, dann beim Fragezeichen sehen. Lester, ich bin auf dem gesicherten Knall von LSPD. Aha. Ja, dann machen wir erstmal die Aufgabe. Fangen wir das LSPD-Einsatzteam bei HS ab. Dann werden wir uns da sehen. Also bis gleich. So, so wie es aussieht, sind wir bei der Mission schon angekommen und wir müssen uns einfach nur das Fahrzeug hier klauen. Oh, der wird uns wahrscheinlich richtig auf mich zielen. Wir müssen nur gucken, dass wir das Fahrzeug irgendwie kriegen. So, den überfahren wir mal eben hier schnell. Der will gar nicht schießen, habe ich das Gefühl. Der R ist schon mal tot und wir müssen jetzt irgendwie hier in den LSPD-Wag reinkommen. Weiß zwar noch gar nicht wie, aber irgendwie... Wir sind leider unbewaffnet. Ich versuche mal eben die Waffe hier von dem Kollegen zu holen. Ja, so leichter als gedacht. Muss ich zwar nur irgendwie gucken, dass ich die Bullen wegkriege. Vielleicht mal hier kurz in die Seitenstraße rein. Ja, das ist doch ein schöner Weg jetzt hier schon. Warten wir mal eben. Come on. Komm, das wäre so geil jetzt. Wenn die mich nicht erwischen würden. Sonst muss ich hier gleich nochmal schnell rausfahren. Okay, der eine fährt da rein. Der eine fährt da auch rein. Da ist Sackkasse. Dann können wir mal schnell hierher fahren. Fuck. Auch noch der blöde Helikopter dann dabei. Müssen wir uns leider ein schnelles anderes Versteck suchen. Na, komm. Come on. Hier ist ein gutes Versteck. Ja, oder nicht so wirklich. Ich weiß auch gar nicht, wie man die Sirene gerade ausmacht. Versteck mich mal hier hinter den Mülltonnen. Ich glaube, das ist ein gutes Versteck. Ich glaube, hier bleiben wir auch erstmal. Irgendwie müssen wir das Fahrzeug ja gestillt kriegen. Oder gestohlen kriegen. Jetzt kommt natürlich der blöde Helikopter. Ja, jawoll. So, haben wir das auch. Und ab zur Textilfabrik. Ich denke, das werde ich euch dann einmal kurz vorspulen. So, den hätten wir dann auch hier geparkt. Sehr gut. Ein Fahrzeug haben wir schon mal. Was wir für den Raubüberfall brauchen. Der Raubüberfall steht natürlich auch noch an. Alles klar. Werden wir machen. Wir kommen rein. Also, wir schauen uns, sehr, 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 sehr an. die Pläne. Wir haben das etwas mehr kompliziert, aber given die Location, die weakness des Staffens und die Exit-Points, wir glauben, dass ein mehr einfacher Plan funktioniert. Wir werden in den Haken Disabler die Sicherheit, und waltz direkt in durch die Front Door. Die Sicherheit sollte sich auf unsere Seite. Wir neutralisieren ihn. 15 Sekunden später, du kommst in. Ich möchte Extremes Pressure verwendet für die Staffel. Die Kunden werden verwendet. Ich will einen Mann auf der Kontrolle, während ihr und ich die Merchandise aus den Kabinetts. Wir sind in und aus in 90 Sekunden, Leute. Frank will handeln Sie Ihren Weg. Ich lasse ihn auf den Fuß. Any questions? Good luck, everyone. Let's go. Alles klar, ab geht's. Los geht's. Steig in den Transporter. Wir machen einen Raubüberfall auf unseren Juwelierladen. The rest of you, you're with me. Franklin, you're driving the van. Norm, Kareem, you're in the back. I'm up front, alright? Okay. Ab geht's, auf geht's. Ich bin mal wirklich gespannt. Ich glaube, von der Zeit, ja, von der Zeit her haben wir es eigentlich auch noch ganz gut drin. Ich glaube, die Fahrt, die dauert jetzt auch wieder ein bisschen länger, deswegen überschreibe ich euch das auch mal eben kurz, denke ich mal. Also ich würde das dann wahrscheinlich so halten für die nächsten Folgen, dass das Video einfach ein bisschen kürzer ist, dass man die Fahrt nicht immer sehen muss. Das ist natürlich auch ein bisschen langweilig für euch. Und ich schaue mal, wie das aussieht mit dem Schneidprogramm, ob das rundscharf oder statt scharf gemacht worden ist. Das ist es. Okay, überall was rausholen. Jawohl, die fetten Rolex Uhren hier rausholen. Schönen Schmuck rausholen. Schöne Kettchen rausholen. Wie viel haben wir denn Zeit überhaupt? Okay. Ganz schnell hier. Boah, 1,5 Millionen, 1,7 Millionen schon. Bin da, den Management ruft die Polizei. Nicht mit mir, Fräulein. Okay, weiter geht's hier. Wir brauchen Beute. Wir brauchen richtig viel Beute. Weiter, weiter, weiter hier. Wir brauchen alles. Wir brauchen alles. Alles ist unseres hier. Okay, hinter mir ist noch einer. 9, 8, 7, 6, 5, 5, 10, 3, 2, 1, alles klar. Der ganze Laden ist leer. So, Abfahrt hier. Warum sind die denn so schnell? Nicht so langsam? Warte, warum habe ich denn so ein langsames Bike? Haben die da irgendwie Nitro drin oder was? Oha, ich kriege ich Schaden, ja. Nur weil ich so ein drängstlangsames Bike habe. Oha. Upa. Ein paar Mülle zu wenig hier. Aber wir haben Mülle das zugekriegt. Hast ja auch ein geiler Tunnel hier. Okay, weiter geht's. Hä? Franklin wurde von der Crew getrennt. Bruder, ist das dein Ernst? Was ist das denn? Entweder bin ich so schlecht für die Mission, oder es ist einfach nur Scheiße. Ja. Ich kann dir jetzt schon sagen, wir müssen leider durch den Tunnel hier. Alles klar. Hätte ich dir von vornherein auch sagen können. Aber jetzt hoffentlich mal ohne rumfallen hier. Hey, das ist doch nicht euer Ernst. Überall steht Müll rum. Überall liegt hier Müll rum. Aber wir haben immer noch unsere 4,6 Mille. Schon mal gut. gut. Aber auch ein geiles Tunnelsystem, muss ich echt sagen. Ich hoffe auch, dass wir gleich zum Ausgang kommen, weil so langsam kann ich die Dunkelheit hier nicht mehr sehen. Ich brauche Licht. Aha. Licht ist da. Ja, ich häng die schon ab. Gleich sind sie weg hier. Schalte die Cops aus. Machen wir. So, sie sind weg. Da ist ein weiterer. So, tschüss mit dir. Weg mit dir. Krasensperre. Krasensperre. Ah ja. Okay. Gesehen. Der nächste ist weg. Und der nächste ist auch weg. Das war schlecht von mir. Okay, da ist unser Ziel da vorne. Okay, scheint wohl, als ob wir es geschafft haben. Sehr unauffällig hier. Alles klar. Oh, das ist ja gar nicht so weit. Das ist ja gar nicht so weit weg. Ich denke mal, wenn ich das dann einmal in die Timelapse reinpacke, dann brauche ich euch das nicht immer sagen. Ich glaube, das wird halt automatisch kommen, sobald ich irgendwie in einem Wagen einsitze oder so. Und ich denke mal, ich werde das dann auch nur in der Mission machen und wenn ich dann zur Mission hinfahre, werde ich das einfach alles cutten. So, die Beute ist auf jeden Fall sicher. Ja. 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 Ist ja zwar keine 100%, aber dafür lohnt es sich. Bis zum nächsten Mal.